So, da bin ich auch schon wieder und wir müssen immer noch den Singularitätskern finden. Was wir dann auch mal tun wollen werden. An der Stelle nochmal ein großer Impulanamus. Wie, da war nichts drin. Das von der Kiste. Er hat gefragt nämlich, ob ich mir so ein komisches Ding hole, was ganz am Anfang zu finden war. Ich hab 5 Knoten. Ähm, natürlich werde ich es mir holen, wenn ich wieder hinkomme. Er sagt, ich komme auf jeden Fall noch hin, also werde ich es mir auch holen. Was es genau ist, werdet ihr dann sehen. Dafür brauche ich dann aber mein Chinesemodul auf voller Energie. So, das werden wir auch nochmal erhöhen. Die Dauer. Und dann werden wir das hier machen. Upsala. Trefferpunkte. Und Plasma Cutter noch irgendwie. Können hier auf Tempo gehen noch, ne? Ne, wir machen erst nochmal Kapazität. So. Das ist irgendwie so eine komische Statue, wo ich empfehlen werde. Auch gejuckt. Okay. So, und da ich glaube zu wissen, wo wir jetzt hinkommen. Wo ich ja eigentlich gar keinen Bock drauf habe. Aber gut, wir müssen es machen. Ist Teil des Spiels. So. Ähm. Da holen wir uns gleich nochmal einen Knoten. So. Bäm. Wo genau wir denn jetzt sind. Mind the Gravity. Fehlt. Ne. Oder? Steht das da? Mind the Gravity. Eintritt Schwerelosigkeit. Isaac. Eine der Bordwaffen der Wähler ist beim Aufprall aufgeplatzt. Diese grünen Kugeln, die du siehst, sind extrem radioaktiv. Und die Schleuse der Wähler ist dicht. Du wirst die Dinger ins All befördern müssen, bevor du ins Schiff kommst. Aha. Find ich ja schon mal scheiße. Nein, ich weiß, was ich machen muss. Und zwar müssen wir jetzt erstmal... Wenn ich mich nicht täusche, hier runter. So. So. Das machen wir auf der anderen Seite auch. Dann kommen die dämlichen Kugeln hier raus. Ich will nur mal gucken, ob ich die nicht doch schon... Ich kann doch die eigentlich alle... Na. Ich dämliche alle... Halt, 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 halt. So. Ja, wir haben das voll aufgeladen. Deswegen können wir jetzt hier über ganz, ganz weite Strecken... ...die Bälle holen. Wir haben natürlich einen anti-radioaktiven Schutzanzug, deswegen... Okay, das funktioniert... Okay, das funktioniert... Ah, da ist noch eins. Ähm... Hopp. Ah, Kiste. Hallo, Kiste. Die machen wir natürlich kaputt. Ja. Hopp. Hopp. Oh, hoffentlich fliegt es jetzt nicht wieder zu weit weg. Verdammt nochmal. Wo ist es? Da ist es. Nein, das ist... Perfekt. Alles da, wo es halt soll. So. Einmal. Wum. 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 Radioaktives Material entfernt. Einmal. Und... Zweimal. Und... Aua. BTF. Nach. Drecksfähig. Drei Mal. Radioaktives Material entfernt. Mö. Wieso kommst du? Hallo? Radioaktives Material entfernt. Ja, ich habe jetzt... Na, komm her. Ich habe jetzt meinen Geldschein mitgeschlossen. Radioaktives Material entfernt. Strahlengefahr gebannt. Sicherheitssperre geöffnet. Was? Ah, da ist noch einer. Oh Gott, da ist noch einer. Alter. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich denn... Äh... Wie komme ich denn jetzt hier raus? Verdammt. Ah, da oben. Und? Na, komm. Mach das scheiß Ding zu. Hallo? Zu damit. Gut, dann gehe ich weiter. Danke. Ach, du meine Güte. Was war denn das? Leute, ich finde das nicht lustig. Ganz ehrlich. Das Teil, nach dem du suchst, sollte im Maschinenraum am Heck des Schiffes sein. Ich sehe massive Schäden. Du musst dir also eventuell einen anderen Weg suchen, um hinzukommen. Ich höre schon wieder irgendwas, was mir nicht gefällt. Da müssen wir nachher bestimmt auch rein. Und ich würde gerne wissen, was das für ein Viech war. Ach, du meine Güte. Ach du meine Güte. Da ist es. Oh. Habt ihr das gesehen? Ach ja, fuck. Fuck, es ist die Stelle, wo ich meinte. Halleluja. Halleluja. Okay, ich kann die nicht wegballern. Okay, das geht auch nicht. Okay, das geht auch nicht. Okay, 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 okay. Ich kann eventuell nicht. Alter. So. Na gut, es geht bis in eine ruhige Richtung. Und zack. Ah, ah, nein. Nein, 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 nein. Eie, 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 ich hab nicht aufgepasst. Voll eklig, ey. Okay, aber das Gute ist, die scheinen irgendwie alle mit einem Schuss tot zu gehen. Was doch auch schon mal sehr schön ist. Ah. Alter. Ah, oder auch nicht. Stimmt. Okay, ich hab, das macht keinen Spaß mehr. Ähm. Hier ist doch bestimmt irgendwo noch was zwischen den Dingern versteckt. Ja, genau. Davon red ich doch. Eieieieiei. Okay, wir müssen da nachher durch. Und, äh, da ist noch die Kiste. Okay, ich hab, äh, ja. Keine Ahnung, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Ich dachte eigentlich, dass... Oh. Falsch. Ich dachte eigentlich, dass sieht ein bisschen anders aus. Also, ich hatte es anders in Erinnerung. Ich dachte immer, das kann ich wieder selber hinschieben, wie ich will. Aber scheinbar... Nein. So. auf damit jetzt wird es lustig leute nee das ist noch nicht das wo ich wo ich meinte glaube ich zumindest ich krieg hier ziemlich viel strahl munition ich weiß nicht ob das gut ist ich peile ihren standort an aber offenbar kann ich sie nicht erreichen dieses verdammte schiff wurde fast in zwei hälften gerissen ich habe es auf die brücke geschafft das ist schrecklich diese armen schweine hatten nicht die spur einer chance ich werde alle türschlösser deaktivieren damit sie zum maschinenraum durchkommen wir sehen uns dann dort sehr nett danke treten vorsichtshalber mal drauf man weiß nie so noch mal speichern ich bin jetzt gerade hoch konzentriert ich weiß nicht was als nächstes kommt nicht mehr ja ja